Ich habe wieder einen Cosplayer gefunden, wer bist du? Misato, aus NGE. Warum hast du dich für Misato entschieden? Wenn ich die Karre einfach liebe. Ich finde die Art von ihr so toll, ich liebe sie im Anime, also ich finde sie einfach toll. Aber du sitzt jetzt nicht immer da und trinkst eine Flasche Bier oder so? Nein, aber ich finde, sie kommt cool rüber im Anime und sie ist mir einfach total sympathisch. Wie lange hast du gebraucht, das Kostüm zusammenzuschneiden? Oh, ziemlich viele Stunden. Dank meiner Tante, die hat mir sehr viel geholfen. Zwei Wochen waren es, zwei Wochen am Stück. Die Mütze ist auch alles komplett selber? Absolut alles selber. Klasse. Welche Cons besuchst du gerne und wie viele Cons besuchst du gerne? Eigentlich im Jahr bloß zwei. Also die Animagic und die Konnichi und NGE vielleicht noch ein paar andere. Weiß ich noch nicht so genau. Erstmal so die Großen, dass man einen Einblick hat. Ja, sind dabei. Was für Animes schaust du an sich gerne? Natürlich NGE, ganz klar. Und auch die ganz anderen, also ziemlich viele alte, wie Cyberrider und solche Animes oder Slayers. Und im Musikbereich, was hörst du da gerne? Da bin ich noch ein junges Ding und kenne mich noch nicht so aus. Man lernt ja dazu. Genau. Da gehören die Policis und die ganzen Events dazu, dass man noch was dazu lernen kann, finde ich. Ja. Vielleicht erst mal so Soundtracks von bestimmten Animes. Ganz genau so. Du kannst jetzt gerne zum Abschluss ein paar Leute grüßen. Ich wollte alle das Ganze um mitgrüßen und auch alle, die mich so kennen. Und ja. Ja.